Hallo und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor nochmal und leider habe ich mich geirrt, der Fehler lag bei mir. Danke an die Leute, die mich darauf hingewiesen haben, ich habe schlicht und einfach die Namen verwechselt. Ich hatte Nikita Ivanov mit Nikita Bujanov verwechselt. Ihr war wohl eindeutig der Wunsch, der Vater des Gedankens sozusagen. Ich hätte mir gewünscht, dass BSG bzw. Nikita da den offenen Brief geschrieben hat. War leider nicht so, also der Fehler lag bei mir, nicht bei der, mein MMO. Sorry dafür und danke nochmals an die Leute, die mich darauf hingewiesen haben. So ein Scheiß. Bis dahin. Ich danke euch. Wir sehen uns. Euer Senseless. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.